Wenn ich jetzt hier in ein Gefecht gerate bin, dann bin ich am Arsch. Mit einer Zeitung und 20 Lebenspunkten, dann wird das schwierig. Generell schwierig jetzt hier. Gibt er jetzt noch irgendwie hoch oder wie? Ja, komm ich. Oha, nur sein Ausblick auf London. Ach du Scheiße. Absolut aufgeschmissen. Und ohne Deckung. Scheiße Mann, ich hab hier, ja ich bin ohne Heilung. Immerhin. Ich hab dich gesehen, er kommt hier ins Land. Ja, hier kann man aufladen. Komm, das wir nicht nutzen. Ach du Scheiße. Wo kam der denn her? Mit dem hab ich nicht gerechnet. Nullrüstung. Ja, immerhin 40. Versteck dich. Meine Fresse. Ja, ich hab dich. Ähm, Arsch, Alter. Tja. Irgendwo ein bisschen Heilung. Hat sich die Schwierigkeit unbestellt. Spontan. Immer nach Heilung suchen. Lass Heilung. Sehr gut. Scheiße Mann. Was bist denn du, dass du mich so leicht gefielst hast? Alter, was hältst du aus? Meine Fräse. Da hab ich noch eine Waffe bei mir. Und die habe ich noch 20 Schuss. Das ist gut. Wenn ich für den... Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen. Das kommt hier ins Land. Das kriegen wir brauchen. Jetzt hier rein. nur von beiden seiten besucht auch du scheiße, auch du scheiße, auch du scheiße ja gut ich brauche eine andere taktik auf die kane verschwende ich die munition von dem nicht alter was war das denn? zwei schuss und ich bin tot alter das ist das ist alter schwede, so stark gepanzert was sind das für OP Gegner? das spiel will mich hier verarschen spiel ich als stufe spontan auf profi gestellt oder was ich renne mal hier rein 6 wo ist der granatenwehr vertrieb? ich rühre mich von hinten ich rühre mich von hinten da ist doch eine alter Schwede willst du mich verarschen? als ob das hier das schwerste Level ist als ob wir nicht schon besseres, schlimmeres durchgestanden haben sind immer diese Level im spiel kenne ich auch von The Witcher bei The Witcher war das auch so Bosskämpfe nur 0,0,0 durchgestanden bei einem kleinen wer ist jetzt mal mit den hier die medizin nice den haben wir bei einem liegt nicht mehr auf einer hier hat man noch Heidung zwischen chips nicht mehr blieb das ist sehr schlecht die nächsten tüge zweiter das gerät aufladen, das kann man auch zack benutzen vor allem falls die drohnen wieder kommen ok dann müssen wir wohl runter ok das war mal ein tod ein bisschen ein checkpoint nach dem raum hier nein natürlich nicht muss dann nochmal von vorn ein bisschen ein bisschen ein bisschen Verdammt! Als ob! Ich stehe direkt neben der Heilung. Dieses Level. Bin ich mit dem Vorsteller gestürzt? Alter Schweder. Ich fährt nicht mehr. Hier rein. Panzer rum. Die Abbauern an. Da kommt der Große. Da kann doch nicht tot sein, der Große. Das war es gewesen. Okay. Das hatten wir schon. Medi-Shop brauchen wir gerade nicht. Die Tür wieder knacken. Da muss man noch mal kurz die Hand still halten. Das machen wir vielleicht nicht mit dem Sämmfeder. Hm. Okay. Wir sollen anscheinend da runter. Soviel steht, glaube ich, fest. Oh. Ja. Ja. Ja toll. 88 Minition. Halt doch von hoch. Oh. Mirabu! Was ist so ein Eckart? Anheilung? Ähm... Muss ich den Gili zum Abstützen bringen, oder was? Was ist hier los? Was ist mit Leergepeilen hier? Jetzt bin ich hier gar nix... Hier ist Seilung... Okay... Okay... Natürlich... Zum Glück fällt man da nicht tief... Kommen wir da irgendwie hoch? Ich habe das Gefühl, da soll man da nicht hoch... Ich habe das Gefühl, da soll man nicht hoch... Das muss nix heißen... Wenn du recht nicht fähig bist, da hoch zu gehen... Das muss nix heißen... Das muss nix heißen... Das muss nix heißen... Ja gut... Im Aufladen... Das muss nix heißen... Und da kann man aufladen... Ich habe das Gefühl, da soll ich nochmal loslassen... das geht es natürlich weiter das nervigste ist natürlich wenn man die gegner nicht sieht warte warum willst du noch kommt der her älter schweder älter verwaltung mit dem aus dem nichts kommen checkpoints sehr gut inna kommt Ach, das ist so ein Bastard. Da bräuchte ich vielleicht mal die Kanone hier. Na, hier lebt doch noch einer. Oder auch nicht, hier lebt keiner mehr, haben wir mit erschossen. Pistolenmunition müsste das sein, Notausgang, Heidung brauchen wir jetzt nicht, hier bei der Lechterkette muss noch aus, Alarm, den Angreifer hier, okay. Hey, immer so entspannter, ist auch mal gut, wenn wir keine Angreifer sind, wenn man nicht permanent auf mich geballert wird. Ich denke, das wird sich sofort ändern. Ach du Scheiße. Was haben wir denn hier? Ach du Scheiße. Wir sind sowas von tot. Ich kriege mal das Ding dann weg. Kann man dagegen irgendwas tun? Ich verstecke mich. Ja, die Tunnel wie eine Ratze, äh ja. Wird erreicht. Ah, vielleicht können wir das mit dem, in dem Teil irgendwie. Wenn sie sich der Strafverkontum entziehen. Und Hunden ziehen. Ja, hier wird es heiß unten. Das Ding hat ein Auge. Das Ding hat ein Auge. Das Ding hat ein Auge. Ja, aber was bringt das? Können wir es dann angreifen oder? Schaden wir den so mit. Hier wird es heiß. Hier wird es langsam luftig. Aber was bringt das, um uns auf das Auge zu schießen? Ich befehle Ihnen zu erschwimmen, um Ihr Recht zu verweigern. Was zum Fick. Das bringt aber auch nicht viel. Wenn Sie sich der Stoff auf was argumentieren, Sie haben es nicht. Was zum Fick. Was können wir gegen das Ding tun? Tja. Sieht uns ja scheinbar doch. Okay, das war hart. Das ist irgendwie ein rechtwirkende, wo wir jetzt schießen. ich blicke es nicht darauf sollen wir schießen aufs Auge prinzipiell wenn es sich öffnet sie werden gefunden und zur rechenschaft getrun ich befehle ihnen zu erscheinen ja so sie können sich nicht ewig sie können sich nicht ewig aufs Augeblick oha jetzt hätten wir mal feuern sollen sie 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 sie